Eine Wassergeburt der besonderen Art konnte kürzlich in einem Aquarium in Chicago beobachtet werden. Rund drei Stunden dauerte die Entbindung. Dutzende Mitarbeiter des Aquariums bestaunten die Geburt des etwa 90 cm großen Weißstreifen-Delfin-Babys mit rund 11 kg Gewicht. Aber nicht nur die erfolgreiche Geburt wurde begeistert gefeiert, sondern auch das Video dazu macht bereits im Netz die Runde. In wenigen Tagen wurde das Filmchen im Internet bereits über 300.000 Mal angeklickt.